Willkommen bei Blockreporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowerbungen. Heute wollen wir besprechen, was hier gerade passiert. Der aufmerksame Beobachter, die Beobachterin sieht hier ein Double Top auf uns zukommen. Und heute, du siehst es hier auch schon ein bisschen markiert, um 10.20 Uhr hat die Seite investing.com tituliert, geheadlined. Und Bitcoin-Widerstände signalisieren eine Korrektur. Haben wir das nicht gestern erst besprochen? Also, damit bist du nämlich einen Tag früher informiert, wenn du diesen Kanal abonnierst. Und damit alle Infos im Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dich auch heute hier begrüßen zu dürfen. Und, ja, wir werden selbstverständlich heute nochmal auf dem Bitcoin-Chart gucken. Du kannst, warte mal, jetzt schon ein bisschen was sehen. Das ist der normale RSI. Der hat was zu bedeuten. Wie so ziemlich alles. Ich weiß, unter dem letzten Video kam irgendwie, ich mache hier nichts Sinnvolles. Aber was ist schon sinnvoll im Leben? Aber checkt mal die Kommentare unter dem letzten Video. Wir kultivieren gerade, das ist schon ein bisschen länger her, Häschenwitze. Ein bisschen Humor muss sein, deswegen coole Kommentare. Du kannst da gerne Teil davon sein. Ich freue mich immer von euch und von dir zu lesen. Gerne auch ein kostenloses Abo dalassen. Denn, gut, schon wieder falsch. So, Bums. Das machen wir so. Denn du siehst, du bist einen Tag früher informiert. Jetzt kommen wir zu dem zweiten. Keine Kritik an dem Artikel. Nur ein Obacht. Achtung für dich. Weil hier können wir so ganz schön festmachen, so, was man hierfür braucht, kann auch hier schief gehen. Und ist genau das hier. Ich rede ja öfter mal von dem sogenannten Confirmation Bias, auf Deutsch Bestätigungsfehler. Und du siehst es hier, Confirmation Bias, super tolle Sache in der Kognitionspsychologie. Heide, nein, naja, halbwegs durch. So, Begriff, der die Neigung bezeichnet, Informationen so auszuwählen, zu ermitteln und zu interpretieren, dass diese der eigenen Erwartung oder die eigene Erwartung erfüllen, in Klammern bestätigen. Das ist, deswegen sage ich euch immer, es ist wichtig, hier ein Abo dalassen, um eine andere Meinung zu haben. Geht raus ins Internet, guckt euch das an, bombardiert eure Meinungen. Und das, wie gesagt, es ist nicht nur hier auf Chart-Technik, das ist überall so, ob das für euch passt, ob eure Theorie richtig ist. Kurz nochmal, wir sehen hier eine bärische Divergenz. Trend geht hoch, Indikator runter, was kann es sein? Bärische Divergenz. Für als erstes so viel, weil du willst ja hier auch Charts ein bisschen gucken. Machen wir auch gleich. Und das ist wichtig. Ich sage ja immer, ich gucke ja sehr viele Charts auch an und manche wieder to the moon und weiß der Geier was mit all time. High und so weiter. Wir warten immer noch auf to the moon. Ich sage es halt noch. Und wir machen hier Wahrscheinlichkeiten, wir gucken uns das alles an, wir erinnern uns schon vor Wochen und so weiter. Wir haben immer auf den großen Timeframes mindestens dem McD im Auge, was er so Lustiges macht. Und ja, deswegen, do your own research, hat eine Bedeutung, also mach deine eigene Analyse, deine eigenen Analysen und Forschungen und vertraue nur dir. Ich zum Beispiel kann auch nur ein Anreiz sein, deine Theorie gegenzuprüfen und wie gesagt, in der Wissenschaft, und das ist hier keine Wissenschaft, das ist keine empirische Wissenschaft, das ist nicht so, drei Tage lang geht Bitcoin runter und dann muss es drei Tage wieder hochgehen. Schwachsinn, so funktioniert Bitcoin nicht, ich sage ja, ist ein bisschen wie Poker, 100 Teilnehmer beginnen das Turnier und am Final Table sitzen immer, immer die gleichen Leute. Deswegen, das ist Pokern, aber man kann hier so ein bisschen sich herauslesen mit den ganzen Sachen. Und ein Indikator oder eine Formation alleine macht noch keinen Frühling oder wie das Sprichwort heißt. Also, wir sehen hier die Bestätigung von gestern. Wir haben gestern besprochen, dass so, na, warte mal, so zack, höherer Timeframe, damit wir es sehen, die letzten Hochs hier so ein bisschen angegangen werden. Das Ziel ist das Golden Pocket hier oben, der erste Knackpunkt, ich hatte es ungefähr so eingezeichnet, Rips oder eben Rips, so runter. Wobei hier, das hier kann natürlich auch runter sein, also nur, damit man sieht, die Level, die Bedeutungen. Und wir sehen jetzt auch sehr, sehr schön, wenn wir uns das alte Fehler wieder so angucken, warum ich hier diese Differenz habe zu den Leveln. Mit drin, auch hier nochmal, was meine ich im Detail. Das hat einen Sinn, du kannst dir dieser ja immer herauskopieren. Die Zahlen stehen ja dann an der Seite am Fibo-Level, wenn ich es mal einblende, kannst du es ja on demand vor- und zurückspulen. Und dann siehst du hier, wir haben hier unten schön den Treffer und wir haben hier oben schön den Treffer. Wir können jetzt auch nochmal noch kleiner werden. Dann siehst du es noch deutlicher, was ich jetzt eben erzählt habe. Also, das macht Sinn, die Standardeinstellung vom Fibonacci Retracement ist nicht verkehrt, aber vielleicht unzureichend, um sprachlich korrekt zu bleiben. So, auch hier siehst du, Kurs geht hoch, Indikator geht runter, wir sind in einem 1-Stunden-Time-Frame. Nicht cool. So, ähm, ja, Double Top ist blöd, ne? Passt zu dem, was wir gestern gesagt haben, dass der Trend vielleicht wieder runterdippt. Ähm, so, wir machen ja nur ein kurzes Update hier. Denn, was wir hier wollen, ist tatsächlich diese Ansicht. Ja, wir haben jetzt im Kleinen gesehen. Also, das hier haben wir uns gerade im Detail angeguckt. Das ist jetzt der größere Time-Frame. Ja, wir haben jetzt hier so schön, äh, hier so die Wanne gebildet, den Cup. Vielleicht, also, wenn man das als Cup deuten möchte, wie gesagt, wenn du Formationen momentan interpretierst, schreib sie gerne in die Kommentare. Ich sag ja, Formationen sind halt schon ewig nicht cool. Also, so hat auch der Kommentar gestern angefangen, der so philosophisch wurde mit, äh, dass Bitcoin eben seit geraumer Zeit nicht an Formationen glaubt. Und dann ist es ein bisschen eskaliert. Egal. So, ähm, der Dip nach oben ist gekommen. Oder der kleine Push nach oben ist hier gekommen. Hier sieht man es auch nochmal schön grafisch dargestellt. Power hat trotzdem gefehlt, also aktueller Abverkauf. Soweit, so gut. Soweit haben wir uns das hergeleitet. Was jetzt aus meiner Sicht wichtig ist. Deswegen schau dir gerne das Video von gestern an. Großer Roundtrip. Alle Infos zum Bullrun, habe ich es genannt. Auch wenn er vielleicht erstmal vorübergehend gestoppt ist. Sagen wir es mal so. Beziehungsweise erstmal so. War es das schon? Wir gucken. Also, Trendlinie, warum zeichne ich die? Wenn wir hier runter droppen, dann ist natürlich das große Fibo, beziehungsweise Entschuldigung. Das ist jetzt, wäre inkorrekt gewesen, weil das sind die Widerstände nach oben gewesen. Wir wollen ja die Supports nach unten und, so, here we go. Jetzt macht es Sinn. Also, Trendbruch und auch hier wieder umgekehrt unsere Supports. Wie tief kann er denn fallen? Wichtige Level sind eben 0,5er und das 0,618er Retracement Level. Sprich, unten das Golden Pocket und hier das 0,5er. Beide Level sind unterhalb dieser Trendlinie. Was ein Trendbruch wäre, ist erstmal blöd. Also, wenn das geschehen sollte. Wir erinnern uns an das Double Top, was jetzt droht. Dann knallt es runter. So, wir gehen nochmal. Wir brauchen uns nicht erinnern. Es kostet doch nichts, Markus. Zeig es doch den Leuten einfach. So, dann machen wir das auch mal ein bisschen näher, weil dann können wir es für dich auch ein bisschen größer zeichnen. Ich sitze hier bequem vor einem 27 Zoll Monitor, du vielleicht nicht. Also, wir haben jetzt hier unseren schönen Aufwärtstrend, den wir hier haben. Haben wir alle genossen. Wir sind bei 48.000. Wer hätte das vor ein paar Tagen noch gedacht? Ich weiß, in meiner Community, Link unten in der Videobeschreibung, gibt es einige, die das gedacht haben. Aber es ist halt so, gell? Gaußische Normalverteilung. Es gibt Leute, die haben 100% alles richtig getippt. Es gibt Leute, die komplett daneben gelegen haben. Und einige, die so, ja, alles dazwischen. Also, hätte so sein können oder auch andersrum oder ich war mir vielleicht sicher. Also, es gibt das ganze Potpourri an Sachen. Das muss man sich vielleicht klar sein. Nur wenn man jetzt irgendwie auf den Cent genau irgendwo was eingezeichnet hat, das kann morgen schon wieder anders sein. Wir gehen, deswegen sage ich, Stück für Stück für Stück zum großen Glück. Also, Aufwärtstrend, Hurray, sind wir da. Obwohl wir hier vielleicht schon mal eine kleine Korrektur mitnehmen könnten an der Linie. Also, eine Idee, die ich jetzt hier gerade spontan habe, ist das hier. Damit hätten wir hier unten mal diese Fake Breakouts mit rausgenommen. Das heißt, hier würde ich sogar die größere Bedeutung hier sehen als Trendlinie. Gerne in die Kommentare auch nochmal, wenn du sagst, nö, passt hier oben nicht mehr, funktioniert nicht. So, hätte den Vorteil, wenn wir bei 45.000 hier den Support finden, sind wir über den 45.000. Juchy, bleiben wir dabei, sind sogar drin, könnte dann nochmal der bullische Trend kommen. Für dich machen wir zur Vervollständigung nochmal der stochastische RSI. Reden und Denken ist heute irgendwie langsam. So, zack, zack, zack. Heute nicht parallel, sondern nur eben sequentiell. Also, 1-Stunden-Chart geht nach unten. Ja, haben wir gesehen, Double Top droht, ist okay. Könnte hier tatsächlich auch noch weiter nach unten gehen. Du kannst gerne die kleineren Zeiteinheiten hier noch gegentesten, wir gehen jetzt eben nach oben geht der Fahrstuhl. So, hier, schauen wir mal, schauen wir mal, müsste er nach oben gehen? Der Trend sieht anders aus. Wir erinnern uns nochmal oder spulen einfach zurück zum normalen RSI. Den mache ich jetzt extra nicht rein, damit es nicht verwirrt. Gerade hier oben, dieser Abschnitt, den hatten wir uns angeguckt, ist mit der bärischen Divergenz drin. Wie gesagt, Kurs nach oben, Indikator runter. So, das heißt hier, was sein könnte, auch wenn man jetzt das hier erwartet, es könnte das hier kommen. Also, das hier, was wir ja hinten auch schon haben. Checken wir den 4-Stunden-Chart, da ist auch noch Luft nach unten. Also, der 1-Stunden-Chart kann den 2er mitreißen. Der 4er bedankt sich und sagt, jo, hatte ich eh vor. Wunderbar. Daily-Chart, vollkommen abstrus. Ja, also, das riecht schon so mit Puff. Also, langsam sollte man die Plätzchen aus dem Backofen holen hier oben, die Temperatur ist zu heiß. Ich habe heute irgendwie Floskeln drauf, egal. Du weißt, was ich meine. Also, hier kommt es langsam von oben nach unten, beziehungsweise das sieht halt, das ist im Prinzip das Video von gestern, danach aus. Es müsste langsam mal nach unten gehen. Deswegen auch gestern nochmal so nach oben, ja. Aber eigentlich sehen wir, naja. Und jetzt heute noch eben dazu die Divergenz, die wir nochmal mit reingenommen haben. Gut. Aber es sieht erstmal so aus, wenn wir uns das hier angucken. Hier sind wir schon ziemlich weit unten im 4er. Hier sind wir auch schon unten. Und hier, hm, hm. Muss nicht katastrophal sein. Also, es wird immer besser. Ich hatte es ja schon, glaube ich, vor ein, zwei Wochen betitelt. Es wird immer wahrscheinlicher bei diesem Bullrun. Und damit habe ich jetzt nicht das hier gemeint. Also, auch, dass wir nach oben gehen. Aber weiter. Wir wollen ja weiter. Wie gesagt, das große Ziel ist, die Leute auf Twitter endlich zu erlösen, dass sie ihre Lasereis wegmachen können, ja. Lasereis till 100k. Wissen wir ja. Und damit wir, damit es endlich mal passiert. Lord Elon, komm, drück auf den Knopf, kauf Bitcoin. Muss nichts damit machen. Einfach auf eine Wallet schieben. Muss nichts damit machen. Nur kaufen. Ganz viel. Zack, zack. Geht der Preis hoch. So. Haben wir noch irgendwas? Möchtest du noch irgendwas? Wenn ich was vergessen habe, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich glaube, in Addition zu unserem gestrigen Video, was du dir auch noch angucken kannst, das hat alle Informationen drin. Die sind immer noch da. Heute gab es das kleine Update. Hast du eine gute Übersicht, was ich jetzt denke, was jetzt hier kommt? Und nochmal der Hinweis, wir haben ja steiler als 90 Grad geht so eine Kurve nicht und kommt dann irgendwann zur Abkühlung, vielleicht das noch als Ergänzung entspannt. Du siehst es hier noch. Golden Pocket ist ziemlich deutlich noch jetzt hier in dem lokalen Trend über 40.000. Also auch da, selbst bei einem Bruch erstmal alles okay. Darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Und ansonsten, ja, wir gucken mal morgen, wie es Mother Bitcoin geht. Und damit, mach's gut.